Ich bin ja nicht neugierig, aber mal so unter uns, warst du eben diese Do-Do mal so richtig verknallt? Wen? Onkel Felix. Haben Sie noch? Sie haben doch heute, verzeihen Sie bitte, Ihre Wochenzeitdaten. Das ist doch im Allgemeinen nicht allein. Ja, im Allgemeinen ist das nicht der Fall. Geben Sie mir was zu trinken. Aber du weißt ja, es kommt auf die Sekunde. Ja, auf der Juni Sekunde kommt es an. Aber weißt du was, diesmal hast du ihn verpasst. Also der, so was, also der ist hier liegen geblieben, typisches Hotelbetrieb. Hä? Das hat superhörige Beine, das war auch der in den Gereben. Ah, das, deiner. Wenn du wüsstest, wen das wieder bedeutet. Ja, ich guck' mir. Oh, das geht nicht. Ich guck' mir. Ich guck' mir. Ich guck' mir. Es ist hier. Ich guck' mir. Doch wer verarmt, denn es hat mich dann irgendwo übergehen, wer passt mit allen Augenblick und dann ist es zu spät.